Jo, meine lieben Freunde, ich glaube, ihr habt auch wieder eine Hammershow gesehen, ja, so von Anfang bis Ende, es war ein würdiger Geburtstag, drei Jahre alt sind wir geworden, es hat richtig Spaß gemacht und wir möchten euch natürlich zur nächsten Rapper Mittwoch Show einladen, wird erst wieder stattfinden am 5. Juni, weil dieser Monat hier, der Mai, der hat einen fünften Mittwoch, den feiern wir nicht, wir machen erst wieder Rapper Mittwoch am 5.6.2013 und als besonderen Gimmick haben wir eine Videopräsentation. Ein Künstler auch aus dem Umfeld von Marvin Game und Barber Music, man kennt sich, ein Untergrundathlet und Untergrundrapper auf jeden Fall, der einiges auf dem Kasten hat, sein Name ist Mest, er war auch einige Male bei uns in der Zeit von etwas sehr souveränes, auf die Beine gestellt, ein Hammer Video, das werden wir demnächst auf unserem Kanal veröffentlichen und an dem Tag wird die Videopremiere bei Rapper Mittwoch stattfinden. Und als Producerfeature haben wir Simdal, Simdal kenne ich schon eine Weile, ich dachte immer nur, er wäre Rapper und er produziert auch, das war sehr überraschend jetzt gerade für mich und er wird seine Beats bei uns präsentieren und wir freuen uns auf Simdal Beats. Simdal hat auch noch dazu ein kleines Special vorbereitet, das möchte ich jetzt nicht verraten, das werdet ihr sehen, es wird etwas sein, was vorher bei Rapper Mittwoch so noch nie stattgefunden hat. Und dann wie immer werden wir eine wunderschöne Afterparty haben, natürlich mit dem legendären DJ, DJ 2&2. 2&2, wie gesagt, wenn der Typ an die Decks geht, dann kann man davon ausgehen, dass die Party lang wird. Zieht euch das rein, abonniert uns, liked unsere Facebook-Seite, geht auf all unsere Netzwerke, geht auf unser Twitter und bleibt Hip-Hop, man. Bis zum nächsten Mal.